ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen weiteren folge von lbss letzte haben aber ja hier weiter gemacht das werden wir jetzt in dieser folge beenden so dass das dach dann auch endlich mal steht weil dächer sind nicht so meins mein ding ich schiebe mir das immer gerne voraus ja und deswegen nehme ich ja fangt schon direkt mit dem fehlbau an und deswegen nehme ich das heute zum anlass einfach mal hier ist fertig zu machen bevor das finale endlich kommt ich nicht nervös darauf ja aber das soll heute nicht thema dieser folge sein sondern einfach nur mieten wie bauen wir eine schmiede wie ihr seht wir brauchen sind bauen sie mit einem dach ja tolle logik oder wunderbar ich habe man schon eine logik auf dem kasten himmel herr gott noch mal ja den stil werde ich auch weiter so behalten ich habe noch nicht mal gesagt welchen stil ich überhaupt nehme leute bin ich denn heute dollar was ja ich muss diese ganzen aufnahmen hier gerade sehr spontan machen weil mir auf einmal aufgefallen ist dass ich keine folgen mehr habe und da musste ich dann doch mal wieder ran nutze gerade meinen freien tag dafür ja ob ich jetzt alle folgen aufnehmen weiß ich jetzt gar nicht aber ich gehe mal davon aus dass das wo in die richtung gehen wird wir machen jetzt erst mal das dach ich sag gerade dach und dann passiert sowas hervorragend ja natürlich dürfte weiterhin ideen in die kommentare klatschen welche häuser noch hier stehen müssen damien hatte mir schon glaube ich zwei ideen reingeknallt eine davon werde ich definitiv umsetzen weil das gefällt mir das gehört auch zum einmal so in dem zeit alter stil ich werde da zwar von innen ein bisschen moderner bauen ich ja sind auch ein bisschen moderner weil diese giebel da die sind eigentlich viel zu groß für das zeit alter aber ich habe gesagt wir mischen ein klein bisschen die häuser wirken im alten stil aber auch nur der eine soll drin sein also ganz als ja würde ich zwar gerne bauen aber finde ich jetzt nicht so prickelnd so eine mischung die ich finde die mischung macht oder was sagt ihr so ein bisschen jetzt aber jetzt die letzte auch würde ich aber nicht so viel mitnehmen müssen hat wo joko an jedoch da drüben muss ich ja noch zu ende bauen nee das war ach das sind die heiß labs ja ich hoffe dass die wenigstens halten so dann einmal das hier das hier ja vor allem muss ich noch überlegen welchen boden ich jetzt hier mal reinsetze habe ich mir noch gar keine gedanken darüber gemacht weil da drüben auch nicht also überall wir haben noch so viel zu tun hier das wird noch so einiges dauern wir werden ja sehen wie weit wir in der nächsten staffel kommen so und hier ist ja jetzt auch nicht mehr viel haben wir das dach dann auch schon wieder fertig jetzt auch die frage bauen ich meine früher waren gebels eigentlich gang und gäbe bei dem haus weiß ich noch nicht ob ich da ein rein setze ob das vom optischen her passt oder ob das auch in den von dem innenraum her passt da muss ich da muss ich erstmal wirklich gucken wenn es passt natürlich kommt da eine rein ansonsten bleibt das halt so wie es ist das war ja ich meine früher waren auch nicht alle häuser mit dem giebel versetzt so aber diese geraden wände da die muss ich definitiv ändern sieht ja also ehrlich gesagt ein bisschen schrecklich aus und ich habe gerade befürchtung dass das gleich nicht reichen wird gucken wir mal jetzt gleich das ende erreicht ja doch das dürfte das dürfte nach adam riese ich hoffe reichen so dann ziehen wir jetzt noch hier die strecken lang und dann gucken wir gleich mal was wir als nächstes machen denn von dächern habe ich jetzt gleich die schnute voll ich möchte auch was anderes machen außer immer nur dächer ziehen jetzt wisst ihr warum ich immer mal mich da gerne verdrücke ich mag es einfach nicht dächer bauen ist so irgendwie ja so eine sache für sich würde ich sagen ne also dachdecker ist wäre wahrscheinlich nie ein beruf für mich gewesen und daher schaut mal so ja irgendwann werden wir wahrscheinlich auch wieder in den nether müssen weil so viele steine habe ich jetzt auch nicht mehr im inventar also in dem me system ja passt wackelt hat luft bis passt so wie schnell das mal schön geht so jetzt haben wir das dach fertig und jetzt guck und ich war gerade übersteuert cool doch wird fast teil also das innenleben machen wir dann ein bisschen in weiß ein bisschen weiß außen rum damit das so ein bisschen sich abhebt so und dann würde ich sagen machen wir hier mal unten ein bisschen was dran weil hier müssen auf jeden fall offen lassen überlegen wir müssen ja hier fenster reinsetzen da kommen ja gut kann man machen ich würde sagen eigentlich praktisch dass wir jetzt so was hier als fenster nehmen ja und dann kommen wir hier die ganzen öfen aber ich habe in der hinsicht keine steine jetzt dabei deswegen machen wir jetzt einmal fenster zu hier und dann gucken wir den boden setzen wir da rein also ich finde da sollte schon ein klein bisschen hellerer boden weil da werde ich mit sicherheit mit schwarzeiche arbeiten aber wisst ihr was ich auch noch fertig machen muss mein hafen mein gottverdammter hafen er muss ja auch noch gemacht haben wir haben also also an mangel an arbeit haben wir hier willst du mich jetzt veräppeln dankeschön da unten noch ich glaube das reicht auch nicht was ist denn heute los mit mir irgendwie reicht nicht alles und da noch ein da habe ich ja das in leben auch schon angefangen aber das ist ja wie ihr wisst eine andere folge da dürfte auch gerne mal reingucken let's meet furnish da richtig natürlich alles ein könnt ihr nämlich zu gucken wie ich da in im vanilla style wunderbare 27 habe ich jetzt noch und die kann nicht umwandeln das ist der vordergrund so und jetzt noch hier und die vorderfront rechts ein stück haben wir noch das reicht nicht für alle fenster jetzt haben wir noch acht stück ja das reicht jetzt gerade mal für die eine fenster seite ja da müssen wir uns nachher mal neue holen so aber wir haben jetzt gerade mal sieben minuten wir gehen noch mal ins me so heute dürfte mal dabei sein das machen wir eben leer weil der eine da oben wird definitiv nicht reichen ist aber jetzt machen wir noch ein paar stecken ein stecken und ein zweites decken wir haben noch einige fenster die wir bestücken müssen das dritte stecken ja das reicht jetzt erst mal so dann könnte auch direkt mal ich weiß nicht ob ich das schon gezeigt habe mein etwas umgestalteten weil hier bilder kommen da auch noch hin und dann schauen wir mal ich denke mal mehr wie ein paar bilder werde ich ja auch nicht hinsetzen weil das ist ein stupides einfaches treppenhaus mehr ist das eigentlich nicht so ich werde gleich erstmal den speed wieder erhöhen damit ich schnell darüber kommen 100 100 geht's lottiger so während des fluges können wir mal direkt die neuen fenster ziehen den stil also ich mag dieses fenster irgendwie irgendwie haben die style so die anderen mache ich also sind für die länder so jetzt einmal wieder mit dem speed runter dann machen wir noch die letzten fenster da ist ja gar keins mehr oh la da ist party angesagt ich sag ja die beleuchtung müssen wir hier noch auch noch fertig machen ich habe im off auch so hier wie ihr seht also ein paar auf dem boden gesetzt ja dadurch spawnt da jetzt nicht mehr allzu viel aber die stadt braucht auf jeden fall eine bessere beleuchtung ich weiß noch nicht was ich da drauf setze ob ich da so eine art teppiche oder sonstiges drauf setze damit man die nicht allzu sehr sieht damit das so ein bisschen die struktur vom boden hat was da aber das könnt ihr mir ja mal gerne in die kommentare schreiben ob ihr die idee gut findet so das ding hat jetzt fenster sollte im bildschirm gucken und nicht auf das obs ja ich glaube da haben wir alles so da oben war noch ein fenster die gemacht werden müssen so zack 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 und jetzt von hier unten ja die sind sehr sehr groß aber ich mag große fenster ich mag mögt ihr auch große fenster also ich mag große fenster zum einen sind die einfacher zum zu mich jetzt veräppeln es ist nicht dein ernst na ja das definitiv falsch gesetzt alter schwede so jetzt aber dann muss ich doch von unten nach oben machen na wie nett und dann noch da und dann ja gut ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht wieso habe ich da jetzt eine lücke wird mir aber gar nicht super warum habe ich da eine lücke das geht da gar nicht ist auch eine lücke das gefällt mir nicht das ist kann ich deinen ganzen block hier kann ich nicht mehr ja gut müssen wir jetzt mal mit leben im ersten moment bis ich mir da was anderes einfallen lassen habe aber ich hatte ja noch so eine idee und zwar machen wir das hier dann sieht man das auch nicht mehr so cool also das gefällt mir ja das gefällt mir weil ich habe ich das ja auch auf der seite ne da habe ich ja auch ein bisschen anders gearbeitet ja gut kann man mal machen ich habe ja genug jetzt davon bei und deswegen können wir die jetzt mal eben ja gut wird doch jetzt hier falsch habe ich jetzt hier ach ja gut ich habe hier noch keine linie gezogen deswegen ich war jetzt etwas irritiert ja gut jetzt das erklärt natürlich so einiges so jetzt ja genau das hat nämlich gefehlt hier habe ich hier nämlich dadurch an stimmt ich hatte ja gar keine steine mehr könnt ihr mal sehen wie lange das schon her ist wieder wo ich hier aufgenommen habe weil ich ja genug folgen hatte brauchte ich nicht aufnehmen und deswegen war das irgendwie die größe ist doch die gleiche warum sieht das da ach weil ich da breiter bin oder hey ist doch identisch ich hinterfrag das jetzt mal nicht ich lass das jetzt einfach so man sieht es ja nicht so wirklich naja ich bin gerade etwas verwirrt muss ich glaube ich mal in die aufnahme hier hätte ich das ja ich hinterfrag das jetzt nicht ich bin einfach nur verwirrt ja hier fehlt auch noch die linie zack 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 und dann noch vorne dran da hatte ich das auch schon gemacht und dann einmal hier lang und dann haben wir ja so in dem style werden hier auch die seitenwände gemacht naja also das habe ich mir da so überlegt naja hier muss ich auch noch die balkons von unten nach oben ziehen damit die alle gleich sind so das wäre so der style den ich befolge ich den jetzt auch gemacht natürlich nicht dann machen wir den jetzt auch noch fertig und dann haben was unten fenster muss noch ein so und ich denke mal die dürften reichen ich verstehe das immer noch nicht sondern wenn ihr eine erklärung habe warum warum das da hinten anders aussieht wie hier holt es mir in die kommentare ich bin glücklich wenn ich erfahren kann warum und weshalb dass da alles anders aussieht komme ich hier runter nein das muss ich von außen machen sondern jetzt von unten nach oben aber das decken schon zu ende so ich glaube das sind auch die letzten fenster die ich jetzt hier machen muss und wir haben stupide 14 minuten ja ich denke mal das dürfte auch reichen für die heutige folge noch immer das hin und perfekt so bin ich gerade ach nee die habe ich ja eh anders gemacht wir sind ja komplett anders gebaut dann lassen wir das so dann hätten wir jetzt ich brauche ein bisschen speed auf dem poko ja dann machen wir irgendwann nur noch die details und dann passt das irgendwie schon wieder hin ich bin nämlich machen wir das mit dem siegel dann haben wir das so ein bisschen abgegrenzt ich probiere das jetzt mal aus wie das aussieht abmachen können wir es ja immer noch und dann könnt ihr mir mal in die kommentare knallen wie ihr das findet wie macht das was hat was oder wir machen das aus holz stufen so dass wir dann vorne irgendwas dranhängen können das wäre natürlich auch eine möglichkeit ne weil holz war ja früher auch eine große großes material was sie benutzt haben ja ich glaube das machen wir aus holz das machen wir so da wir jetzt 16 minuten haben die letzte folge ein bisschen länger war würde ich sagen beenden wir das jetzt hier und hier gucke ich mal eben doch ich ja ich will jetzt nur mal eben was ausdrücken weil es ich mache schon wieder alles was ich nicht möchte so nämlich die frage ja doch ich würde sagen wir machen das dach so dann kommen wir nämlich von hier aus das ist dann die mittellinie super ja würde ich sagen weil hier bin ich ja auch von innen gegangen ja das sind ja die mittelwände das können wir so lassen ja gucken wir jetzt erstmal wie weit wir hochkommen dann haben wir schon mal zumindest einen kleinen ansatz und ich habe das b drauf deswegen funktioniert das gerade überhaupt nicht hier so da treffen die sich jetzt erstmal nicht das wird aber jetzt bin ich aber sehr sehr langsam ja gut ist das jetzt schief nein ne ja doch ist es wohl weil wir fangen ja hier an ne da müsste ich das normalerweise doch ja wenn ich ja eh also hier werde ich wahrscheinlich dann mal einen ganzen block reinsetzen so jetzt ich muss das jetzt austesten tut mir leid aber weil das so komisch aussieht ach das sah jetzt nur im ersten moment so komisch aus nein alles gut das wirkte jetzt nur ein bisschen kurios auch sonst können wir das nicht abbauen aus der luft so bin jetzt gerade glücklich dass das nur optische täuschung war so würde sagen da haben wir und da in dem mieter hauen wir dann diese blöcke rein das passt oh tschuldigung so ach jetzt komme ich da nicht dran so und hier vorne an gehen wir hin machen wir auch mal direkt eine reihe dran und noch habe ich ja welche so guckum so vor allem dass das so toll aufgeht das ist natürlich was was mich echt beeindruckt so ich habe ja noch welche ne so damit wir schon mal zumindest einen kleinen ansatz habt und ihr euch vorstellen könnt wie das hier hinterher aussieht und dann von hinten und hinten und unten kommen dann diese hier dran aber nur und hier also nur hier vorne und hier vorne vor brauche ich ja eigentlich gar nichts machen weil wir ja oh Gott zack zack so ja das gefällt mir sieht gar nicht mal so verkehrt aus ja ich würde sagen das bleibt dann auch so dann habe ich schon mal zumindest einen kleinen ansatz wie ich das hier mache und dann ziehen wir das eigentlich komplett hier durch also hier in die mitte muss ich ja dann nur von innen anpassen aber es passt es passt hervorragend und das gefällt mir so ich würde sagen dann haben wir ja unsere 20 minuten jetzt schon wieder voll aber auch nur weil ich da wieder vorarbeiten wollte ja wenn ihr ich würde mich freuen wenn ihr ein abo da lassen würdet wenn ihr neu seid und ein Like für meinen Algorithmus wäre natürlich auch super geil da würdet ihr mir ungemein mit helfen in der Infocard habe ich euch die Playlist von dieser Welt die erste Staffel verlinkt da könnt ihr gerne drauf gucken dann seht ihr wie das alles mal hier angefangen hat und wie groß der Fortschritt in 100 Folgen war dann habe ich euch in der Infobox die Skyworld verlinkt da könnt ihr auch gerne mal reingucken da mache ich zusammen mit meiner Tochter eine Welt in Minecraft so in luftiger Höhe könnt ihr auch gerne mal reinkommen da würden wir uns auch natürlich immer ein fettes Like und ein Abo freuen und auch ich glaube das könnte man so lassen irgendwie passt das ja so ein bisschen farblich zieht das voll ab jetzt habe ich natürlich wieder Sachen gemacht die ich nicht machen wollte ja dann würde ich sagen lasst einen Daumen nach oben da abonniert den Kanal und schaut in meine verlinkten Videos und dann sehen wir uns Entschuldigung beim nächsten Mal wieder Ciao 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 Ciao